Oh Mann, bin ich blöd. Puh, das war glücklich. Ob ich mittlerweile herausgefunden habe, was ich im Spiel machen muss, ich muss mich freischießen. Momentan bin ich immer noch auf der Flucht von dem Typen. Verdammt, Lukas ist nicht losgeworden und morgen kommt er auch schon wieder zu mir. Ah, gut, die Pistole ist nicht so ziemlich genau. What the hell? Maschinengewehr-Munition. Nur weil ich es kann. Bitch. Ich bin Gold. Au. Verzieh dich. Verzieh dich. So. Also ich muss sagen, bis jetzt macht mir Half-Life 2 ziemlich Spaß. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht viel herausgefunden habe. Außer dass ich an einen falschen Ort teleportiert wurde und deswegen nicht mehr so geheim bin unterwegs. Das ist nicht mehr so unterwegs geheim gefeiert ist. Auf jeden Fall muss ich irgendwann noch jemanden stoppen, das weiß ich. Ich will alle Munition haben. Ey, da haben wir doch was. Jawohl. Jawohl. Gib mir all die Munition. Ich will alle Munition haben. Und abwärts. Yay, alle Neune. Okay, das sieht sehr ungesund aus. Das ist eine große Explosion. Na komm. Wenn du dich traust. Du kannst mir nichts. Du kannst mir nichts. Runter oder hoch? Ah, runter. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Hier gibt es nichts. Okay, das Wasser ist noch nicht hoch genug scheinbar. Ah, ah, ah. Ah, verdammt. Okay. Das war einfacher als erwartet. Na komm. Duck dich. Gibt es da hinten was tolles? Nein, gibt es nichts. So, wechseln wir mal wieder zur Pistole. Pistole. So. Huch. Oh, die Kiste ist weg. Na also, geht doch. Okay, so war es glaube ich nicht gedacht. Aha. Nein? Okay. Na komm, lass mich da drauf, bitte. Ah, was muss ich machen? Ah, ich muss einfach auf die Zwischenebene. Und dann von der Zwischenebene muss ich natürlich, was jeder weiß, muss ich, äh, da ins Wasser springen. Oder so. Also, da auf der anderen Seite ist ein Ventil, aber wie komme ich da hin, verdammt. Äh, 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 äh. Ich glaube, ich muss mich einfach geschickt fallen lassen. Und zwar hier, dann hier, dann gehen wir da runter. Dann lassen wir uns so runterfallen. Verdammt. Genau das wollte ich eben nicht. Aber ich komme langsam nach oben. Ah, verdammt. Ich gebe es auf. Okay. Okay. Aber kontrolliert fallen lassen ist das, ist das Ziel hier. Interessant. Okay, das war ein bisschen unkontrollierter, als ich es mir gehofft hatte. Vorsichtig, vorsichtig. Ja. Ja. Gib mir Wasser. Gib mir mehr Wasser. Ah, schön. Ähm, stopp. Kann ich es wieder stoppen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich glaube, ich sollte schnell sein. Okay, es steigt nicht mehr. Huch, hu, wups. Ah. Merkige Viecher. So. Das habe ich auch gehört, dass es Star Wars Folgen mit Leia kommen. Allerdings bloß eine wird es sein. Eine Folge mit Leia Organa. Wird kommen. In der Star Wars Rebels. So, einmal kurz Sauerstoff holen und dann kommt, ah, halten wir mal wieder das Sauerstoff. Und, hey, ich hatte doch die Flashlight ausgemacht. Ne, 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 ich brauche das. Ich brauche die Augs Power. So, jetzt habe ich es. Äh, Zicko. Okay, ich muss hoch. Okay, jetzt schwimmen die Kisten. Ah, jetzt kommt, ah, das schwimmt da. Okay. Okay, reicht das? Nein, das reicht nicht. Ich glaube, ich muss nochmal runter. Ach, Kacke. Sauerstoff ist scheiße. Damun, servus. Ah, dummes Sauerstoff. Nein, du kommst da raus. Verdammt, ich brauche dich doch. So. Nein. Ja, ich habe es hoch geschafft. Ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber ich habe es hoch geschafft. Hm? Auch wurscht. Auch wurscht. Na, war? Loading. Jetzt können wir auch mal wieder zwischenspeichern. War das jetzt dumm? Ich glaube, das war... Oh, ich glaube, das war dumm. Okay, ich konnte eigentlich wieder sprengen. Ah. Ihr scheiß Viecher. Scheiß Viecher, ich teile. Ja, ihr seid wieder da. Hurra. Hurra. Die Roboter mit rotem Haar. Das ist doch gar nicht so schwer. Das ist doch gar nicht so schwer. Ha. Ich habe eine Lösung gefunden. Hier, friss mal. Das wusste ich nicht. Geil. Sehr geil. Basketball oder Fußball? Fußball. Ich mag Basketball sehr wenig. Ich verstehe Basketball nicht, warum das Spaß macht zum Zuschauen. Zum Spielen? Ja. Zuschauen? Das ist was anderes. Nicht schieben, nicht schieben. So. Lambda Locator. Ah, okay. 545. Weiter geht's. Ihr könnt gerne ein Fan-Treffen machen. Achtung. Gefährliche Strahlungswerte. Wir melden. Danke. Hätte ich sonst gar nicht mitbekommen. Freeman. Okay, das bringt auch nichts. Okay. Das heißt, ich muss da durch. Ich muss durch die Gülle durch. Au. 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 Achso? Hey. Hi. Du bist Freeman, oder? Ja. Wir hörten, dass du kommst. Das passt jetzt gerade sehr schlecht. Black Mesa East an Station 6. Kommen. Dr. Freeman kommt jetzt den Fluss hinunter. Gebt ihm das Luftboot und helft ihm auch sonst aus. Wiederhole. Gordon Freeman ist zurück. Er muss unbedingt weiter nach Black Mesa East. In den Kästen dort ist noch Munition. Nimm, was du brauchst und dann hau bloß ab. Oh yeah. Gib mir Munition. Ich brauch Munition. Das ist auch schon voll? Ich hab volle, volle Munition. Tschau, Lukas. So. Gesellschaft! Werden beschossen! Wow! Wir werden beschossen, mal untertrieben. Headcrabs! Headcrabs! Drei Schuss. Das ist wenigstens. Reasonable. Oh, 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 oh! Oh, mein Headcrab. Ta-ta-ta! Von einem Headcrabs befallen zu werden ist nicht schön. Oh, mein Headcrabs. Oh, mein Headcrabs. Zombies Nee, die Animals habe ich noch nicht gesehen Okay, ich glaube, der kann mich nicht durch Schade Oder? Aber hier war ich doch schon Was? Oh, verdammt, ich hätte das Speichern sollen Verdammt Na, kommt her, you headcrabs Ach, der ist hinter mich gesprungen, der kleine Bastard Na komm Wo wollt ihr hin? Oh Gott, war so schlecht geschossen Tak, tak Meine Güte Wie fühle ich das jetzt zum Nichtsstrom? Da kommt der Strom, da kommt der Strom Jetzt hängt der Stromkabel an Das ist zur Hölle Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Danke Bine Headcrabs Echt, hey Ich muss irgendwie nach oben Habe ich das Gefühl Nee Ja Das wird nicht klappen Vielleicht aber hier Nee Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie nach oben muss Aber ich nicht weiß wie Ich habe übrigens noch verdammt wenig Leben Ich speichere mal Schrimmbogen Vielen Dank für deinen Follow Servus Ach Gott, ich habe keine Ahnung Wo ich lang muss Keine Ahnung Nee Nee Keine Chance durchzukommen Jetzt bin ich wieder hier Ah, so wechselt man schnell Okay Au Ich weiß nicht, ob das der Weg ist Den man gehen soll Aber Ich bin auf den Dächern Und kann nicht springen Also ich kann nicht aufs Dach rauf Ich kann halt hier Lang Okay, sehr weit kann ich Doch, ich kann Bisschen losgehen Nee Das ist anscheinend nicht der Weg Nee Ah, ich frage mich Ich frage mich Das ist auch nicht der Weg Das ist auch nicht der Weg Oh, Menno Menschenskirchen Was muss man denn machen? Irgendetwas muss man damit machen Hab ich das Gefühl Achtung Blechsack Ich frage mich Ich frage mich Aber ich frage mich Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull du bist da frei danke dass du dabei warst gute besserung kackdreck kackdreck wie soll man denn da durchkommen wie soll man denn da durchkommen kackdreck 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 ich glaube nicht dass man da einfach durchlaufen muss wenn man da einfach durchlaufen muss durchlaufen soll das ist doch kacka kacka ist das ja ich habe es gesagt es ist kacka ja komm stellen das hier hin dann lässt du mich da drauf springen dann lässt du mich da drauf springen und dann spring ich da drauf und dann ich habe mich fast da drüber gerufen ah mein gott das ist halt man kann nicht da lang gehen ich bin echt am verzweifeln ich weiß nicht wo ich hingehen soll ich kann das da oben hinsetzen das ist toll aber bringt mich jetzt auch nicht weiter ich kann das nicht mal greifen das ist beyond reach ach geht doch meine fresse ey jetzt ist das nicht mal runter gekommen weil ich nicht durch den kanal gegangen bin aber jetzt kommt es runter oder was oh mein gott gut dass ich danach gespeichert habe sehr gut dass ich danach gespeichert habe wirklich willst du mich verarschen bin ich so dumm Ihr dürft mich gern verfolgen. Ich bin aber hier erstmal auf dem Wegrennen. Aber mit nem schnellen Wagen ist es machbar. Mehr Hilfe gibt bei Station 7. Ein paar Flussbiegungen weiter. Ne alte rote Scheune. Kletter rein und flieg los. Ah, schieb mich doch nicht in den... ...diese Sumpf ey. Na okay. Also nix wie los, ja? Das soll ein richtig hässliches Level sein. Das ich gehört hab. Oh verdammt. Ich dachte da kann man coole Tricks machen. So, hier muss man natürlich auch erkennen was Sumpf ist und was Land ist. Hier. Wo muss ich landen? Ah, man kann auch über Land drüber fahren. Okay. Interessant. Ah. Kann ich das jetzt selber aufmachen? Rein so zu sein. Erstmal speichern. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja und da muss ich auch noch schnell sein. Ach ne, es bleibt offen. Okay. Ahahaha. Ich hätte viel lieber Leben. Das wäre schon toll. Das wäre schon toll, wenn ich jetzt Leben bekommen würde. Wasserhazard. Wassergefahr. Opa. Oh, das riecht nicht das schöne Wasser an. damals sah das richtig richtig gut aus. Wie damalige Verhältnisse. Die damalige Verhältnisse war das Bombe. Wuuuuh! Da ist zu. Okay, ich war außen rum. Ah! Nein, nicht mich abschießen, bitte, 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 bitte mich nicht abschießen. Oh, Leben, oh, Leben. Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, okay, ich speichere mal dazwischen. Doktor Siri, vielen Dank für deinen Follow. Na komm, na komm, na komm. Ich will auf den Weg, bitte, 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 bitte. Ich will auf den Weg, bitte, 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 bitte.